Schala Mahala Mahala Schäbili Bede Loll, was war das denn jetzt? Ich hatte vier oder was? Gehst du noch mal Kohle holen? Ja, ich muss gerade erst mal meinen Arsch retten vor den Rotzombies Stich mir nicht so an, ey Ja, hallo, weil ich wettvolle... Das, weil ich wettvollen Rohstoff dabei hab Da kommt ein Creeper hinter dir Guck mal, was ich jetzt mit dem mache Komm her Hi Boom Boom Der war draußen, der ist in der Luft explodiert Was hast du denn hier gemacht? Ja, guck mal da hinten Du kommst ja jedesmal durch das Ding durch Siehst du auch Ich bin das am reparieren, damit hier cleanst So So Ähm Die Stadtgebieter gleich von Mieten Weil diese Kristalle sind nämlich ziemlich geil, die machen, richtig Dementscheid, damit kann man richtig geil die Zombies verprügeln Deswegen werde ich damit das Gebiet verminen Ja, das ist wohl wahr Weil es eben halt sich anbietet damit Oh, du hast mir Kohle gegeben Ich hab auf einmal zwölf Kohle gehabt Ich hab auf einmal zwölf Kohle gehabt Wie hast du diese Rohm? Diese Rohm Ah, das ist ne, das ist ne, ähm, ver, ver, ne, wie heißt das? Verwunschenes Metall, äh, Dings ist das Ach so Okay Damit kannst du, das ist richtig geil, das ist stärker wie äh Diamant Hm Es regnet Ich packe jetzt in der rechten Kiste hier oben mal alle Rohstoffe rein Naja, mach das Und warte, warte Hier ist das Book Was, 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 wo's denn das? Da, da vorne Da, das, das, das kann man jetzt, so hast du ja das Buch hier, ja? Mhm Das kann man jetzt irgendwie, an einem Crafting Table, kann man halt eben in Dias Schwert legen und dann kann man halt so in Chanten, ohne was dafür zu bezahlen Ja, gut Würde ich aber noch nicht machen Nee, nee Weil du hast nämlich noch keinen, äh, weder christenlilabarm das Schwert, dann kannst du das machen, weil dann hält das nicht extrem lange Oder du machst halt auf dem Dias, aber das ist... Naja, gut Ja, lange, nicht unser kleiner Keller Vor der liegen Pilze, ne? Ja Ja Das ist mich schon bewusst Ich lach mich hier grad weg Ich merk's schon Scheiße Jetzt hab ich einen Fehler gemacht, okay Müssen wir aber ausprügeln, indem wir wieder koppeln wollen Schon wieder Nein Nein Ich hab fail gassiert, ey Ich bin drin Ach Nur noch hier Ja, wie gesagt, die Rohstoffe sind ja jetzt hier Da drin Da drin Mal gucken, wie viel Rohstoffe da hier drin sind, Alter Ob wir alles haben Sind der Meisterkoch der Zombies Der Meisterkoch der Zombies Kommst denn gerade drauf? Keine Ahnung, füllen wir grad ein Oh so, ja ja Schade, dass man Sattel nicht irgendwie stecken kann Die Sattel? Mhm Was ist denn den her? Hast du einen Spawner, ne? Ja, ja Was macht denn alles vor dem Schaden Warum rennt doch mal schneller, ihr verkackten Öl? Erst mal eins Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Lala Lala Burn baby burn Burn baby burn So, wo hast du denn eine gute Ecke, wo man unsere Betten hinbauen könnte? Ich bin die gerade am bauen Nein, noch nicht, geh lieber mal, geh eben Cobblestone holen Ge Cobblestone holen, geh Cobblestone holen Nicht hier oben, sondern unten in der Mine Da kommt's gleich außen Da ist Ausgang und da geht's runter Boah, dann geht's da durch Sieht gut aus Ist mir auch egal Sieht gut aus Ich bin der Meister der Gäste Baust du hier grad schon wieder? Oh, Robin Ich baust hier ab Nee, da ist gleich der Eingang vom Haus Da kommt noch ein Raum hin Ja, sag doch doch Und in der Höhle, ganz weit unten Nicht hier oben Ich bin Nein, nein, Autsch Alter, es regelt hier rein, dann sollte man Dach drauf machen Ach echt Ach echt Ja, finde ich Das war ja immer ganz nass Cobblestone habe ich aber eigentlich genug in den Kisten, muss ich mal gucken Ja, geh trotzdem welche wollen Zehn Ja, schon dabei Du meinst zehn Cobblestone? Reicht das nicht? Ja, okay, ich hab ein 64er Stick an Bord Bei mir Ja, dann werf mal durch die Kristalle zu mir Ja, Moment Ja, Mensch Bin ja selbst grad erstmal nochmal am abfarmen Ich mach... Ich farm hier grade so'n... 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 Oh, hier geht's nach draußen Oh, hier geht's nach draußen So weit bin ich schon gekommen, dass es nach draußen geht Keine Knallschote Oh yeah, Baby So, Merck Boah, ist ein irgendwie voll komisch, mini wir haben jetzt einen in einer Klasse ne er hat jetzt erst gemerkt, dass er schwul ist also dir hat beide Seiten ausprobiert ne der hat eine Seite es mal ausprobiert... meinte so'n... die vielleicht bin ich ja doch im Kiel es so Prozent um dann geht es nicht wir haben sich ja logisch warum nicht nur noch einmal passiert dass du dann noch einmal ja logisch auch Männer kann da jeden Fall sehen eben je nachdem was ist ja eben in der Jugend sagt man, Schwule sind ja voll behindert und so und dann sagt man, naja ja ist halt so und natürlich meistens dann die, die Leute, die dann so sind, sind meistens dann auch noch die nettesten von den Jungs ja, das ist meistens so, ja, das stimmt jetzt habe ich schon wieder kein Kumpels, oh ja, ich bin ja auf dem Weg, ich will mal ich bring dich gleich, oh, ich schwöre dir, wenn ich dich in den Finger kriege, dann pack die Gravitationsgang bei dir nix mehr ich bin schon da, ich bin schon da so, warte hier, hallo jetzt hast du den Stack fallen lassen ja, komm wo ist der komm danke danke gut, das ist jetzt wieder runter, ich will ja, jetzt bin ich tot gleich nein das war knapp ne, war auch knapp ich hab gesagt nix, das war perfekt gezielt, ja oh ja wieso, du hast doch keinen falscher angekriegt doch oder doch, dreieinhalb Herzen weniger jetzt nur ich hab ja nicht viel ich bin ja nicht mehr ja, ich meine nur das ist wie ich mir nur ne ich meine nur ne ich meine nur nix Das ist so geil hier gerade, ey. Was machst du denn schon denn jetzt gerade? Ich ford' auf das Haus. Ja, was ist daran geil? Ich hab grad mit der Gravitationsgang einen Stein hochgehoben. Und auf einmal wird halt ein Gravillblock und der hat mich gerade halb erschlagen. Ich hab noch ein Herz. Ja, toll. Super, das sieht man doch. Nein, ich hab noch ein anderes Extremfakt drin. Ach ja, richtig. Ich spiele immer noch mit dem Standard. Aber da seht ihr ja vielleicht. Du kannst hier doch auch irgendwo gucken, welches dafür kompatibel ist wie der Fact und dann kannst du jetzt doch runterladen. Naja, cool. Also nicht über den, also nicht über den Launcher, sondern so suchen. Weil der Launcher zeigt nur welche an, die sich damit geeinigt haben mit dem... Schau ich mal. Das hab ich für normal Minecraft. Aber das leckt uns nicht so rum wie die anderen. Ich find ja immer noch mieser oder das von Gronkh das Beste. Ich benutze das von Gronkh nie, weil das ist mir eigentlich... Ja, ich find das... Es ist gut gemacht, aber das ist... Für mich, für meine Verhältnisse ist mir das irgendwie ein bisschen zu... Naja, gut. Jetzt könntet ihr mich alle haten. Ich hab gesagt, Gronkh ist ähs nicht! Tötet ihn! Äh! Ja, ja! Ja, ja! Warte mal! Zeig mir den Scheiß, aber... Ey! Du musst mal gucken, wie ich hier Kobbelstone am Abfarmen bin. Ey, ich bin hier ein riesen Loch am Machen. Oh, geil! Du hast auch ein Loch! Ja, mehrere! Ein Nasenloch, zwei Nasenlöcher, ein Arschloch... Nein, sei ruhig! Ich will keiner wissen! Die Ohren sind auch noch Löcher! Na und nein, falls du es wissen willst, unten habe ich kein Loch! Nein! Loch, fragst du dich? Nein! Ein ziemlich großes! Ja, sicher! Ja, das Arschloch, das stimmt! Also, Lur! Und ich kenne da noch ein Arschloch! Lur, hier kommt grad das Skelett mit einer Diamantrüstung! Ja, mach's platt! Weißt du, was das grad am Schlucken ist? Ja, oder? Stürb! Boah! Schieße doch auch nach oben mit einer Gravitations-Ganga-Ganga-Umms-Dingstar! Ja, leih! Nein, aua! Greif mich nicht an, sondern komm her! Ja, desto tiefer ich hier grabe, desto mehr kommt zum Vorschein, was ich noch nicht kenne! Okay, das kenne! Wiss ich nur! Ja, da, wo ich grade abgegraben hab immer noch! Wow! Alter! Ja, der hat ein Diamanthelm gekriegt! Woah! Was ist das denn hier? Ey, jetzt lass mal! Wir wissen was das ist! Ey, jetzt hör auf! Und hast du grad gekriegt, ein Goldhelm, ne? Warten wir? Äh, ja, ein Goldhelm. Wo ist das denn jetzt? Mo... 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 Wo ist das denn?